Es gibt momentan wieder heiße Diskussionen rund um die Tankstellen in Hörbrands, dass es hier immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt, vor allem für Radfahrer und auch Fußgänger. Wie sehen Sie denn hier diese Problematik? Sehen Sie, dass hier ein Problem ist oder denken Sie, da muss man halt einfach sich arrangieren? Ich sehe da überhaupt kein Problem, weil ein Radfahrer muss genauso aufpassen, wenn ein Auto kommt, als umgekehrt. Und wenn ich der Schwächere bin mit dem Rad oder Fußgänger, dann warte ich lieber, wenn die Zähne vorbeifahren, fahren halt Zähne vorbei und dann kann ich drüber. Dann ist das überhaupt kein Problem. Also für mich nicht. Wenn ich da rausfahre, würde ich das auch so machen. Also ist das eigentlich nicht so, obwohl ich jetzt eigentlich fast jeden Tag oder sagen wir zweimal in der Woche oder so den Tankergang und jeden Tag vorbeifahre. Ich weiß nicht, wie viele direkten Leute sind, die da vorne wohnen, aber ich finde es auf jeden Fall nicht. Weil das ist im Prinzip der Tanktourismus. Sie fahren wirklich von der Autobahn hoch, gehen tanken und fahren nachher gleich wieder runter. Das ist schon ein Problem. Man kann nicht weiterfahren, wenn man verstand, wenn man wartet, wenn man seit der LKW, der Tankstabwegfahrer ist. Und wenn ein großer Kreisverkehr, wenn man so groß nicht, dann wäre das vielleicht ein bisschen entschärft, die Situation. Ja, das stimmt also schon. Es ist mir selber schon passiert. Erstens ist ein Verkehrsstau, dass du nicht einmal die LKWs passieren kannst. Und es kommt wirklich zu gefährlichen Situationen, gerade wenn Gegenverkehr ist und die nehmen dann gar keine Rücksicht. Oder wenn von der oberen Straße Autos kommen. Also da ist totales Verkehrschaos. Glauben Sie, dass die Gemeinde hier mehr tun müsste? Es gab auch teilweise Beschwerden darüber. Die Gemeinde sagt wiederum, es sind Pläne da. Es liegt allerdings nicht an der Gemeinde, sondern am Land oder der Asfinag, dass hier schneller etwas passieren kann. Ja, ich kann die Situation nicht beurteilen. Aber die Gemeinde sollte schon Druck machen, weil das ab und zu unmöglich ist.